Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna hier ist der Marc Hagenbeck, der Mentalist. Und ich bin der Saschi. Guten Tag. Und wir haben heute den 2. Februar. Den 2. Februar. Am 2. Februar hat Geburtstag Shakira Shakira. Kennst du die? Das ist ein süßes Wort. Das ist ein süßes Wort. Irgendwie so immer. Shakira, Shakira, hips don't lie. Wacker Wacker hast du doch immer gesungen. Wacker Wacker. Oder wie das eine Lieblingssteine. Whenever, wherever, I'm meant to be too. Das literarische Quatsch? Ah, nee, ist was anderes. Ja, genau. Shakira hat Geburtstag heute 1977 geboren. Ja. Ist ein Ticken jünger als ich. Ja. Naja, mal gucken, was so geht. Auch much more sexier als du. Also ganz ehrlich, naja, komm, ich weiß nicht. Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. So, was haben wir denn hier für eine Fahne? Das hier ist die Fahne von Ungarn. Und am 2. Februar 1946 wird Ungarn zur Republik erklärt. Ach, das ist doch mal nett, ne? Ja, es war seit 1918 nur noch nominell Königreich. Also nominell bedeutet ja so viel wie nur so der Form halber sozusagen. Ach so, okay. Ja, gar nicht richtig, sondern man hat es nur nominell so als Königreich. Und das war am 2. Februar? Das war am 2. Februar, jawohl. Am 2. Februar, was hatte ich gesagt? 1946. Und am 2. Februar 2013, da ist die Grand Central Station eingeweiht worden. Damals mit 42 paar Gleisen. Der größte Bahnhof für den Fernverkehr der Welt. Das größte Fernverkehrbahnhof, den es gab. 2013 jedenfalls. Sieht ein bisschen aus wie der Koblenzer Hauptbahnhof. Warst du schon mal da? Nee, leider auch nicht. Ich auch nicht. Aber so sieht ja die Eingangshalle ein. In der Grand Central Station. Das war 2013, die ist eingeweiht worden. Am 2. Januar. Also heute, Shakira hat Geburtstag. Und Ungarn ist Republik. Mann, was für ein Wissen wir heute euch wieder ins Hirn geballert haben. Ja, macht was draus. Schalt morgen wieder rein. Da gibt es noch mehr Tagesdosis-Angeberwissen. Das haltet ihr gar nicht aus. Liked das hier, mal liked das hier. Genau, liken das. Ja, mal Daumen hoch. Ja, mal Daumen hoch. Oder mal einen Kommentar. Wir würden uns doch mal über einen Kommentar freuen. Immer einen Kommentar. Hey, Jungs. Ihr seid voll sexy. Noch much more sexy als Shakira in Ungarn. Vergiss es. In der Grand. Toll, das ist eine Totgeburt. Tschüssi. Macht's gut. gegern. H whites. Schaff.